Bhagavad Gita, Vers 31 Ich kann mir nicht vorstellen, wie gut es entstehen kann, wenn ich meine Verwandten in dieser Schlacht töte, noch kann ich, mein lieber Krishna, einen Sieg, ein Königreich oder Glück begehren. Erklärung Ohne zu wissen, dass Vishnu oder Krishna ihr wahres Selbstinteresse ist, werden die bedingten Seelen von körperlichen Beziehungen angezogen und hoffen, auf diese Weise glücklich zu werden. In ihrer Verblendung vergessen sie, dass Krishna auch die Ursache ihres materiellen Glücks ist. Es wird gesagt, dass zwei Arten von Menschen in den gigantischen und strahlenden Sonnenplaneten eingehen können. Der Kshatriya, der in den vordersten Reihen der Schlachtordnung unter Krishnas direkte Anweisung fällt, und derjenige, der sich auf der Lebensstufe der Entsagung befindet und der spirituellen Lebensweise hingegeben ist. Arjuna schien sogar die moralischen Grundsätze eines Kshatriya vergessen zu haben, denn er weigerte sich sogar, seine Feinde zu töten, von seinen Verwandten ganz zu schweigen. Er dachte, er werde in seinem Leben nicht glücklich werden, wenn er seine Verwandten tötete, und deshalb wollte er nicht kämpfen. Genau wie ein Mensch, der keinen Hunger verspürt, nicht daran interessiert ist zu kochen. Er hätte sich nun entschlossen, in den Wald zu gehen und ein einsames Leben in Frustration zu verbringen. Doch als Kshatriya benötigte er ein Königreich, denn Kshatriyas müssen Regierungsgeschäften nachgehen können. Andernfalls können sie nicht glücklich leben. Aber Arjuna besaß kein Königreich, und seine einzige Möglichkeit, ein Königreich zu erlangen, bestand darin, mit seinen Vettern und Brüdern zu kämpfen und das Königreich zurückzufordern, das er von seinem Vater geerbt hatte. Aber das wollte er nicht. Daher war er bereit, in den Wald zu gehen, um dort den Rest seines Lebens in Frustration zuzubringen.